Herzlich willkommen auf dem neuen YouTube-Kanal von VIA LIVE! Wir sind Reha-Kliniken in der Städteregion Aachen mit drei verschiedenen Standorten und unser Ziel ist es, Körper, Geist und Umwelt wieder in Einklang zu bringen. Oft erleben wir, dass viele Menschen einfach den Körper als Wunderwerk vergessen haben und zu uns kommen mit diversen Beschwerden. Vielleicht kennt ihr das, man hat Rückenschmerzen, man hat vielleicht Bandscheibenvorfälle, Knie-Schmerzen, Kopfschmerzen oder diverse psychische Erkrankungen oder psychische Beschwerden. Wir möchten einen gesunden und achtsamen Lebensstil vermitteln und deshalb gibt es unseren YouTube-Kanal. Viele Arbeitsprozesse wurden im Alltag erleichtert. Selbst durch das Autofahren, durch die ganze Technik, durch Computer, selbst durch KitchenAids haben wir gar keinen Aufwand mehr, Dinge herzustellen oder Wege von A nach B zu erledigen. Doch dieser einfache Lebensstil hat natürlich auch eine Kehrseite. Und damit meine ich mangelnde Bewegung, Fehlernährung, Dauerstress, chronische Erkrankungen, Umweltverschmutzung und den Klimawandel. Das sind aber alles Sachen, die wir verändern können. Denn alle ernährungs- und stressbedingten Erkrankungen, diese sogenannten Zivilisationserkrankungen, können eigentlich vermieden werden. Im Jahr 2015, da wurden 338 Milliarden allein für Gesundheitskosten ausgegeben. Das macht knapp über 4000 Euro pro Person pro Jahr. Und fast 14 Prozent davon wurden für Herz-Kreislauf-Erkrankungen ausgegeben. 13 Prozent für psychische und Verhaltensstörungen, 12 Prozent für Beschwerden am Verdauungssystem und noch mal 10 Prozent an Krankheiten für Muskel- und Skelettsystem. Im Jahr 2019 sind insgesamt 940.000 Menschen gestorben. Und dabei sind über 35 Prozent an den Herz-Kreislauf-Erkrankungen gestorben. Das bedeutet Herzinfarkte, das bedeutet Herzschwäche, Bluthochdruck und auch Hypercholesterinämie, also Blutfettwechselstörungen. Wenn man aber mal ganz ehrlich wäre, all diese Erkrankungen könnten durch einen gesünderen und achtsamen Lebensstil verringert oder sogar auch verhindert werden. Ich möchte dabei jetzt gar nicht den bösen Zeigefinger heben und sagen, wir machen alles schlecht. Aber wir möchten aufklären und wir möchten eine gewisse Selbstfürsorge und Selbstverantwortung wieder thematisieren. Denn in einer Zeit, wo Dr. Google und das Internet super schnell zur Rate gezogen werden und sekündlich neue Informationen von links und rechts kommen und es immer schwieriger wird zwischen Fake News aus dem Internet, aus Expertenmeinungen, sich die richtigen Informationen, die für ein individuell passen, wirklich festzulegen, ist das wahnsinnig schwierig. Der eine Facharzt sagt das, der andere Facharzt sagt das. Im Internetforum hat man dies gelesen und vielleicht bei der Freundin oder bei der Bekannten hat das und das am besten geholfen. Am Ende bleibt man irgendwie verloren im System. Deshalb ist eine Gesundheitskompetenz wahnsinnig wichtig, dass man eben auch für sich entscheiden kann. Wir von VR Live wollen mit diesem YouTube-Kanal also nicht einfach nur noch eine weitere Informationsquelle aus dem Internet sein, sondern wir wollen eben diese Gesundheitskompetenz von Ihnen stärken. Wir wollen individuelle Wege zur Gesundheit finden mit Erklärvideos, mit praktischen Übungen für zu Hause, für Wissenswertes rund um alle medizinischen Themen und eben auch ganz viele Themen rund um Gesundheit und Gesundheitsförderung und Prävention. Und das ganz undogmatisch, ganzheitlich und individuell. Wir wollen Sie wieder davon begeistern, dass Ihr Körper ein reines Wunderwerk ist und Sie auch ein bisschen wieder für sich selber faszinieren und für die ganzen natürlichen Prozesse, die jeden Tag und jede Sekunde in uns stattfinden. Denn Ihr Körper wird es Ihnen danken, wenn Sie einen achtsamen und bewussten Umgang mit ihm pflegen. Für weitere Themen gerne einfach unseren Kanal abonnieren. Wir füllen natürlich diesen YouTube-Kanal hier weiter mit Leben und weiterhin mit ganz vielen medizinischen und Gesundheitstipps und Präventionstipps und holen Sie auch gerne ein bisschen in das Leben der Rehabilitation wieder mit rein. Deshalb gerne einmal abonnieren. Für alle weiteren Informationen gerne auf www.wia.com live. Alles Gute für Sie! Untertitelung des ZDF, 2020